Hallo Freunde, herzlich Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind weiterhin an der Küste unterwegs, um hier alles Mögliche abzuschließen. Haben wir da auch einmal vergessen? Ne, da sind die anderen. Ist das ein Quidditch-Feld? Ja, das ist ein Quidditch-Feld hier. Für die Leute, die hier wohl mal gelebt haben, oder wie? Weil hier ist eine Weide, aber sonst ist hier nichts in der Gegend. So, hier haben wir noch ganz schön viel zu tun. Wo kommen denn die auf einmal her? Oh. Gegen einen Troll werde ich keine Chance haben. Wieso sind die Prüfungen Merlins hier nicht aufgelistet? Ich verstehe das nicht. Wir haben die doch schon so entdeckt. Da sind doch zwei da hinten. Warum erscheinen die nicht? Ha, da kommen wir sogar durch. Wie ist das noch? Ah, da sind die kleinen Kugeln wieder. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, nichts Neues auf jeden Fall. Das wird der Stimme gleich ein bisschen besser, wenn man das drängt. Aufgepasst! Bam! Und da sind wir im Schilfe halt. Nein, nicht Levioso. Seine Herkommen. Und wie holen wir die da hin? Oh, okay, die können zu wandern. Herkommen da. Wo kommen die auf einmal her? Ich komme von irgendwo einfach da her. So, ein paar Statuen zerstören. Oh ne, das sind die hier. Okay. So. Ähm. War doch zu ja doch nicht. Ähm. Ah ne, das hier brauchen wir. Ah, jetzt passt's. Genau gleich muss es sein. Nein, das war mal zu viel. Ja. Ja, komm. Erledigt. Äh. Ja. Ach, jetzt haben wir sie gesehen. Hö, hö. Nichts. 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 Oh, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Ich bin nicht mehr. Halt still, du kleiner Kniesel. Haha, er hat einmal einen Lied. Ich probiere es nochmal, komm. Mist. Andere Zauberer, nicht bereit. Aber jetzt. Boah, 9000 Damage, bist du da, da wird. Was ist hier? Ein Troll auf jeden Fall und ein... Achso, das... Ich hätte mir das ausgeschaut, als ob das auch rot angezeigt werden würde, aber... Nee. Hohohohoho! Hohohohoho! Hohohoho! 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 Okay, schwimmen wahrscheinlich. Oh, das ist... Hohohoho! Hohohoho! Oh! Oh! Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Oh doch, hier geht's rein. Grab des Verrats. Waren wir hier schon mal? Wahrscheinlich, weil wir haben das ja schon aktiviert. Ah, da war doch mal irgendwas. So, wohin als nächstes? Da ist eine Prüfung. Ja, allerdings, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist ganz allein. Wenn wir das lagern, dann haben wir schon geräumt. Wow. Kleiner Lag. Oh ne. Das ist eine der schlimmsten Prüfungen. Diese blöden Schmetterlinge immer. Herkommen. Achso. So, da sind die nächsten. Ah, da ist noch ein Stein. Schmetterlinge brauchen wir noch dazu. Hä? Hä? Das ist ja keine Schmetterlinge mehr. Schmetterlinge. Da. Blumos 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 8 Minuten haben wir noch Was ist das hier für ein Spinnenversteck oder so? Ja, ja, ja. Oh, da ist noch mehr ein Trap da. Okay. Boom. Brenner. Begrabe den Kopf einer Spinnenmatriarchin in der Erde. Das wollen wir wahrscheinlich mal Dissendo ausprobieren. Junge, Junge. Woa. Da sind sie auch gleich runtergefahren. Passt. Dort gibt es alte Magie. Die werden wir sich holen. Das dürfte wohl noch am nächsten sein. Waren hier nicht Kobolde her? Genau. Hey, Bro. Wir haben nur was von leise gesagt. Mist. 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 Ich hätte das nicht gleich alles reparieren können hier. Oh, toll. Oh, wie er uns durch die Wand zieht einfach. Oh, was ist das? 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 Oh, Stufe 3er Schloss. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das ist aber eh neu als voll. Das muss man bald wirklich in die... Ah, nach Hogsmeade, dass wir... Oh. Sachen verkaufen. Uh. Gut, der Part ist hier fast zu Ende. Dann machen wir das am besten gleich. So. Ich finde, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Das reduziert die Abklingzeit. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir sind voll. Alles klar. Wir sind aber auch voll. Ah, das ist noch nicht fertig. Ähm. Ja, warum nicht? Nur noch, ne? Haben wir irgendwas besseres zum Anlegen? Nein. 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 Nichts. Auch hier nichts. Auch hier nichts. Besseres zum Anlegen. Okay. Schön. Grabhorn fehlt uns. Auch hier. Das ist vollständig. Das ist vollständig. Das ist vollständig. Das ist noch gar nicht. Grabhornhorn. Okay. Gut, Freunde. Aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.